Sieh an den Himmel! Sieh an den Himmel! 6 Chicken Nuggets 6 Chicken Nuggets Wir fangen mit 6 an 4 Nuggets Wir treffen gleich den Rollstuhlfahrer Das war urknapp Achso, ok Wir werden dann nächstes Mal etwas Radlein drehen Wie frech Jetzt wo wir uns persönlich gesehen haben Will ich dir nochmal persönlich sagen Respekt Digga für den Hotchip We Talk Er hat mich ge**t Digga Ich kann nicht reden Moin Machen wir mal Richtig heftigen Oh Digga Das finde ich sehr sehr geil Willi? Damn Damn Das ist schon krankfett Bruder, ich kann die Schuhe nicht mehr sehen Sein T-Shirt ist ok, oder? Der Typ gefällt mir nicht Der Typ gefällt dir nicht Wenn ich eine Frau bin, will ich den Martin nicht nehmen Jetzt gehts los Jetzt gehts los Es geht wieder los Bruder, aber We Talk Das ist geil, wie schön das hier Das ist viel zu hoch Warst schon da drauf? Nein Aber das ist viel zu hoch Alles ist ein Scheiß Lass den nächsten schauen Oh nein Es geht wieder los Oh Bruder Nein, hau jetzt mal Na Digga Aber der will, der will Der Algorithmus Der Algorithmus kommt Ich riech sie an Mach, mach Ich wehne Ge denying Englisch oder was? Nee, ich habe ja Englisch Das red nix Esto ist schon nicht Aber hier, wirst du Geld rein Geil! Schön, schönen Tag, oder? Ja! Geil! Ja! Geil, geil, geil! Danke, danke! Was geht, Digga? Musik aus! Ja, der Jetlags! Digga, schon gelingt! Jetlags, wenn ich dich hier in Wilhelm sehen sollte... Was? Ich brille dir so die Fresse, du dreckst mir auf die Schnauze! Digga, was? Ich hab wirklich noch nie so eine lange Stange vor dem Döner gesehen, noch nie! Und, konntest du pissen? Ja! Hast du ihn gehalten? Ja! Der kann sogar alleine, ist bis zu arg! Bruder, was? Ja, ja! Der ist weniger eingeschränkt als ich! Yo, Jetlags! Ja? Kann ich dir mit erzählen? Ja! Wenn in Afrika... Wenn hier 60 Sekunden durchgehen, geht in Afrika... Ich bin dumm! Was? Weiß nicht, ich bin dumm! Zeigst du? Nein! Jetlags, du warst ja bei Monte! Ja, ich war bei Monte! Erklär mir jetzt die Story! Digga, ich bin einfach hingefahren... Und dann hat er die Polizei angerufen... Einfach Platz war, weil ich es bekomme! Ja, aber ich muss dir das vorstellen! Was hat dich dazu getrieben, zu Monte zu gehen? Digga, keine Ahnung! Ich bin einfach hingefahren! Aber würdest du jetzt auch zu mir kommen? Nein, zu dir würde ich nicht kommen! Warum nicht? Weiß nicht! Ich bin nicht so interessant! Nicht so interessant? Okay! Zu Martin würde ich kommen, ja? Da geht es! Zu Martin! Wer denn? Ich muss die Krippe! Also Bruder, das sieht schon geil aus! Hey, Jetlags! Ich hoffe, dir hat der Tag mit uns gefallen! Digga, der Tag! Ja, der Tag hat uns mega gefallen! Ich hoffe, du bekommst jetzt deinen Lieblings-Youtuber! Ja! Wir kriegen den Renn-Därm, Digga! Auf jeden Fall! Mach' ne mal! Ich kann sie auch! Mach' du mal die Hände! Boah, mach' so scheiß dich! Hey, wir kriegen den Rennen! Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. ц HISZE